So Leute, letzter Tag in New York City, wir sind hier gerade mal wieder im Mila Café Und wir gönnen uns Frühstück, wir sticken zum Plan auf jeden Fall Das Frühstück hier ist echt gut und ist halt nicht so teuer, deswegen kann man das machen glaube ich Auf jeden Fall steht heute auf dem Plan Rocker Park und ein bisschen Central Park wahrscheinlich Das heißt wir chillen und laufen ein bisschen rum, gucken uns ein bisschen noch die Sachen hier an Rocker Park bin ich mal richtig drauf gespannt, weil ich ihn halt noch nie gesehen habe Und dann nachher um 16 Uhr oder so werden wir dann den Bus nach Philadelphia nehmen Machen wir mal wie es in Philly wird, der Bus wird irgendwie zwei Stunden brauchen oder so Und dann kommen wir in Philly an, gehen in unser Hostel und so weiter Und ich glaube dann chillen wir auch nur noch in Philadelphia wahrscheinlich Und joa, jetzt wird erstmal gefrühstückt Diese Hot Chocolate hier, also der Kakao ist so ultra lecker alter, es geht auf keine Kuh und doch Ich glaube ich habe noch nie gesagt, was ich immer esse Also das sind zwei Eier, die halt so klein geschnitten sind Zwei Toastbrote, wo halt Butter drauf ist Man hat hier noch Marmelade, die man drauf machen kann Und das sind halt so, ja Bratkartoffeln oder so Das wird jetzt gegönnt auf jeden Fall mit der heißen Show Geek Was der hell ist das? Central Park Leute Der chillt sein Leben Guck dir den mal an auf der Aufnahme Guck mal her Der hat genau geguckt, als ich gefilmt habe Die Motto, die Motto ist so gut dran Boah, das sieht auch nice aus von hier, Alter. So Leute, wir haben jetzt richtig schön den Central Park abgecheckt. War ganz nice auf jeden Fall, den mal so live zu sehen und so. Jetzt sind wir gerade in der U-Bahn, ist mal wieder affenheiß hier drin. Aber zum Glück haben wir heute beide kurze Hosen an, die man hier gleich sehen kann. Tada. Und ja, jetzt geht es auf jeden Fall auch zum Rocker Park. Bin ich auch schon mal drauf gespannt, der ist in Haarlem, deswegen fahren wir jetzt Uptown. Würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Also ein paar Spiele sind drin. Die Haare an den Kursen. Jetzt wird den anderen Kursen. Die Kursen wird es nicht nur noch geholfen. Die Kursen werden nicht nur noch geholfen. Die Kursen werden nicht nur noch geholfen. Ich bin nicht nur noch geholfen. Ich liebe es! Ich liebe es! Don't Succeed I'm a little bit I'm a little bit I'm a little bit I'm a little bit AHHHHH I won! And what are you facing? The poop I'm a little bit 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 That was gay! I didn't like it! That's how we do it! We ain't on this shit! Yeah Yeah Dinner No! Full out of state! Look out! And you go! You're a NBA basketball! Nothing this is worth it! No 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 Woop! No 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 No